aus krieg statt wir haben heute machen wir mal einen gemütlichen und schauen uns mal krieg statt an wir sind im auto hergefahren weil wir das nachher noch verbinden hier mit einkaufen genau wir schlendern jetzt noch mal durch und wenn es euch interessiert dann bleibt dran bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war es mit unserem Stadtrundgang durch Krieg. Hier vom Leuchtturm aus hat man nochmal einen guten Blick, einen schönen Blick auf die Kathedrale und das Kastell. Und für uns war es das und mir bleibt noch zu sagen Servus und bis bald. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018